Unsere gesamte Ausrüstung ist von einem gewissen Lebenszyklus gekennzeichnet. Mal mehr, mal weniger. Je nachdem, wie alt die einzelnen Dinge eben sind. Manche Klettersteig-Sets und Karabiner sind 10 Jahre alt und man sieht es ihnen auch wirklich an. Andere wiederum sind 10 Jahre alt und wurden noch nie verwendet. Die große Frage ist nun also, was kann man nach 10 Jahren überhaupt noch verwenden und was nicht? Und wie gut ist eigentlich deine Ausrüstung noch? Fangen wir bei einer der strittigsten Kategorien an, nämlich den Seil. Jedes Seil besteht aus Kern und Mantel und das wird dann miteinander verwebt und so entsteht eben die Dicke des Seils bzw. das Seil. Der Mantel und der Kern, die stehen immer in einem Verhältnis dazu. Zu Einfachseilen habe ich aber schon mal ein Video gemacht. Das findet ihr da oben beim i. Grundsätzlich geben alle Hersteller an, dass man Seile nach 10 Jahren definitiv aussortieren sollte, selbst wenn man sie kein einziges Mal verwendet hat. Das ist eine spannende Aussage. Außerdem geben sie an, je öfter man es verwendet, desto früher muss man es auch aussortieren. Verwendet man das Seil einmal die Woche, muss man es schon nach einem Jahr bzw. sogar noch früher aussortieren. Und ich persönlich als Kletterer finde diese Aussage ziemlich hart und vor allen Dingen ziemlich teuer. Die Frage ist, warum sollte ich das Seil denn tatsächlich aussortieren? Es gibt ein paar Gründe, die für das Aussortieren eines Seils sprechen. Ich sage aber gleich dazu, das Alter allein ist es definitiv nicht. Vor allen Dingen sollte man darauf achten, dass der Mantel nicht beschädigt ist, nicht großartig bestätigt ist, sodass man den Kern unter dem Mantel schon sehen kann. Außerdem sollte man auch darauf achten, dass es keine spürbare Kernbeschädigung gibt, denn die hält uns letztlich, die hält das Gewicht letztlich tatsächlich. Außerdem sollte natürlich bei der Lagerung darauf geachtet werden, dass die Seile nicht mit Batteriesäure oder sonstigem in Kontakt kommen, also einfach sauber, trocken und dunkel gelagert werden. Außerdem sollte man die Seile austauschen, wenn es offensichtliche Schmelzbeschädigungen gibt. Das heißt, wenn es irgendwo eine Reibung Seil auf Seile oder sonstiges gegeben hat und man sieht das dann richtig dem Mantel an und keine Sorge, das sieht man wirklich, dann sollte man das Seil natürlich auch aussortieren und ersetzen. Das Alter ist aber angeblich gar kein Grund dafür, denn der Herr Walter Siebert aus Wien, der hat das nämlich schon mal getestet. Er hat sich überlegt, wieso sollten Kletterseile, selbst wenn sie unbenutzt sind, nach 10 Jahren nicht mehr funktionieren. Und dafür hat er sich einige Seile aus vergangener Zeit geholt, gekauft und irgendwo geschenkt bekommen und hat die dann unter Laborbedingungen getestet. Und ist dann laut seiner eigenen Aussage zudem mit Schluss gekommen, dass ein 3 Monate altes Kletterhallenseil genauso wenig oder viel hält wie ein 50 Jahre altes Seil. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung den Artikel dazu, in dem er das behauptet. Starke Behauptung, von der man mal ausgehen kann, das ja auch stimmt, er hat das relativ gut belegt. Das bedeutet, wenn mein Seil gut aussieht, wenn mein Seil den Knicktest besteht und alle üblichen weiteren Methoden zu überprüfen, ob mein Seil tatsächlich noch hält, dann kann ich das problemlos einfach verwenden. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, nach 5 Jahren das Seil einfach wegzuschmeißen, nur weil es 5 Jahre alt ist. Wie sieht das bei anderen Dingen aus? Bei der Denima Bandschlinge beispielsweise. Ja, bei der ist das schon etwas schwieriger. Die ist ja in diesem Sinne nicht nochmal mit extra Manteln und so weiter umgeben. Das heißt, die ist einfach auch empfindlicher. Grundsätzlich gibt es für das gesamte Schlingenmaterial die Angabe, dass sie nach 10 Jahren aussortiert werden müssen, auch wenn sie nicht verwendet wurden. Grundsätzlich würde ich mal einer Empfehlung schon nachkommen, vor allen Dingen, wenn wir ja hier bei vergleichsweise sehr geringen Kosten sind. Außerdem sollte man bei den Denima, weil es eben so etwas empfindlicher ist, darauf achten, dass es nicht zu lange in der Sonne liegt. Diese Dinger sind sehr UV-empfindlich. Das bedeutet, wenn wir das jetzt hier ein oder zwei Jahre lang hier irgendwo auf die Terrasse hängen, dann kann man davon ausgehen, dass die Bruchlastwerte hier nicht mehr zusammenkommen. Außerdem sollte man darauf achten, ob das Material verblichen ist. Wenn ja, dann kann man davon ausgehen, dass das ganze Ding nicht mehr ordentlich hält. Das gilt vor allen Dingen, wenn man auf Standplätzen ankommt oder bei Abseilpisten irgendwas findet an Material, was man für sich überlegt zu verwenden, um sein eigenes Material zu sparen. Da kann ich definitiv nur immer davon abraten. Wie sieht das Ganze bei Karabinern aus? Hier haben wir einmal einen Karabiner, der sieht aus wie Neud. Den habe ich auch noch ganz, ganz selten nur in Verwendung gehabt. Und dann haben wir hier so einen Karabiner, der ist schon richtig abgerockt eigentlich. Bei dem merkt man auch, dass der einfach schon oft irgendwo drinnen gehangen hat, weil hier haben wir schon eine ordentliche Kerbe drinnen. Was machen wir mit dem jetzt? Hält der noch oder hält er nicht? Naja, das ist ein problematischer Karabiner, denn die Schnappfunktion ist schon relativ träge. Die Feder ist schon sehr, sehr müde und das merkt man einfach, wenn man ihn bedient. Außerdem ist auch die Schelle relativ, die hakt und spießt schon überall. Und dann haben wir hier natürlich noch eine relativ scharfe Kante. Das alles sind Ausschlusskriterien, denn das alles kann eine Beschädigung des Seils beispielsweise zu einer Beschädigung des Seils führen, wenn wir hier eine scharfe Kante innerhalb des Karabiners haben und deswegen gehört er auf jeden Fall aussortiert. Aber wie ist es denn bei dem hier, wenn ich den jetzt schon seit 20 Jahren hier herumliegen habe und ich habe den kein einziges Mal verwendet? Was mache ich mit dem da? Das ist eigentlich ganz einfach, wir können ihn trotzdem weiterverwenden. Auf dieses Material gibt es keine Herstellerangaben, wie lange das hält und im Prinzip habe ich auch schon Karabiner verwendet, die vollkommen intakt waren und vollkommen gut ausgesehen haben und 35 Jahre alt waren. Und die haben meiner Meinung nach immer noch ganz gut gehalten. In diesem Sinne kann ich nicht sagen, dass es tatsächlich einen Grund gibt, Karabiner, die schon etwas älter sind, auszusortieren. Also auch nach 10 Jahren muss man nicht das komplette Karabiner-Sortiment erneuern. In Kombination mit einer Express-Schlinge, also zwei Schnapper und einer Bandschlinge dazwischen, ist das natürlich etwas anderes. Hier müssen wir zumindest überlegen, die Bandschlinge auszutauschen, wenngleich wir die Karabiner natürlich behalten können. Da gibt es mittlerweile aber auch ganz gute Ersatz-Bandschlingen, dass man dann einfach nur noch einmal umfädelt und dann ist man schon wieder einsatzbereit mit einer sicheren Express-Schlinge. Beim Hochtouren-Gurt oder auch beim normalen Klettergurt gilt Gott sei Dank exakt das Gleiche wie für Nylon und Denimer. Ich habe euch hier auch schon mal ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch auch oben beim i, da geht es auch um Bandschlingematerial. Das Ganze ist natürlich insofern gut zu wissen, denn wir sollten auch bei der Päusterung natürlich darauf achten, dass sie keine Beschädigungen aufweist. Denn immer, wenn wir quasi einen großen Riss im Klettergurt drin haben, dann sollten wir natürlich darauf achten, ob dieser Riss nicht vielleicht durchgängig ist, ob nicht vielleicht gerade bei den Beinschlaufen irgendwo auch noch das Material drunter, das tatsächlich tragende Material vielleicht auch beschädigt ist. Insofern, da ist es ganz gefährlich. Aber wenn wir schon zu Rissen kommen, dann kommen wir doch am besten auch gleich zu den Steigeisen. Hier gibt es oftmals die Frage, wenn meine Steigeisen rosten, was muss ich denn dann machen? Kann ich sie dann noch weiterverwenden? Das hier wäre jetzt zum Beispiel bei den Petzl-Wazak so ein typischer Fall. Die rosten ganz gerne und ganz viel. Und wenn man die sich mal genauer anschaut, dann wird man merken, na gut, der Rost, der macht jetzt eigentlich nicht so viel. Also sie schauen eigentlich immer noch ganz gut und sauber aus. Genau. Wichtiger ist nämlich, dass das Steigeisen hier keine Risse vorweist in den einzelnen Zacken, dass es hier keine großen Kerben und Risse reingibt. Denn die könnten dann mal tatsächlich zu einer Bruchstelle führen, gerade wenn es ins härtere Eis geht. Gerade wenn man damit am Fels hantieren muss, wo es einfach viel Widerstand vom Untergrund gibt, nicht im weichen Schnee. Aber da sind Stahlsteigeisen tatsächlich auch wirklich, wirklich nicht so ein großes Problem. Viel öfter hat man dieses Problem bei Ultraleichtsteigeisen wie dem Petzl-Leopard. Die sind aus Alu. Und dementsprechend, wenn man da dann mal auf den Fels kommt, da bilden sich viel schneller so Risse und viel schneller brechen dann auch die dementsprechenden Zacken. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch mit diesem kurzen knackigen Video hier ein paar Mythen aufklären. Und hier auch nochmal vielen Dank an den Herrn Siebert, der sich hier viel Mühe gegeben hat auszutesten, wie lange man mit solchen Kletterseilen eigentlich unterwegs sein kann. Und dass es in Wirklichkeit nur darauf ankommt, wie das Seil behandelt wurde, was mit dem Seil tatsächlich passiert ist. Eine kleine Anmerkung möchte ich noch machen. Gebraucht sollte man generell Sicherheitsausrüstung niemals kaufen. Immer wieder sieht man bei Ebay, aber auch bei Wilhaben und so weiter, Angebote für Kletterseile zum Klettern und so weiter. Bitte macht das nicht. Ihr wisst nie, was mit diesen Materialien passiert ist. Das gleiche gilt natürlich auch für den Stand zum Abseilen etc. Ihr wisst nicht, wie lange die Rebschnüre beispielsweise da schon hängen. Ihr wisst es einfach nicht. Und dieses Unwissen kann euch im Zweifelsfall das Leben kosten. Und gerade bei den Kletterseilen ist das ein ganz, ganz schwieriges Thema. In diesem Sinne, lasst euch nicht verrückt machen von den Herstellerangaben, sondern achtet wirklich darauf, dass die Materialien gut in Schuss sind. Und wenn sie das sind, dann könnt ihr sie auch einfach weiterverwenden. In diesem Sinne hoffe ich, ihr konntet etwas aus diesem Video mitnehmen. Und bis zum nächsten Mal, sage ich wie immer, bergheil.